Sie hören Später Frost von Roman Fosen und Kerstin Sinje Danielson, gelesen von Thomas Saarbacher. Später Frost. Der erste Fall für Ingrid Nyström und Stina Forst. Ich dachte, ich wäre tot, aber ich war nur in Nebraska. Little Bill in Erbarmungslos. Jerusalem 1948 Langsam bewegte sich der Konvoi entlang der sandgelben Häuser. Der diesige Horizont Katamons begann im Schein der aufgehenden Sonne zu glühen. Henrik blinzelte verschlafen aus dem Autofenster. Sie waren hastig und ohne Frühstück aufgebrochen. Nun war er hungrig und schälte eine der Orangen, die er in der Lobby eingesteckt hatte. Dort, wo er herkam, gab es die exotischen Früchte nur am Weihnachtsabend, vorausgesetzt man kam aus einer Familie, die es sich leisten konnte. Winter für Winter hatte er sich die Nase am Schaufenster von Karlsons Feinkostladen plattgedrückt, bevor er zum ersten Mal einen Spalt der Frucht hatte kosten dürfen. Das war lange her. In einem anderen Leben, in einem anderen Land. Hier dagegen gab es Orangen wie Sand am Strand von Sunanö. Und in dem großen Hotel, in dem sie wohnten, wurden die Früchte sogar zu Saft gepresst und den Gästen als Getränk serviert. Hatte man so etwas Verrücktes schon erlebt? Aber andererseits, was war überhaupt normal in diesem seltsamen, fremden Landstrich, der sich gerade neu zu ordnen begann? Er sah vom Beifahrersitz in den Rückspiegel. Im Fonds saß Wenner Berge und sprach mit einem französischen Offizier. Auch wenn er selbst kein Wort verstand, wusste er, dass es um Politik ging. Das ging es immer. Verträge, Verhandlungen, Linien in der Wüste. Israel, Palästina, Jordanien. Die Engländer und die Vereinten Nationen. Er gab sich Mühe, alles zu begreifen, aber manchmal rauchte ihm einfach nur der Schädel. Der Wagen rumste durch ein Schlagloch. Henrik stieß sich den Kopf. Ferdinand, der Fahrer, fluchte. Am Straßenrand zogen Palmen und Kiefern vorbei. Die Kiefern mochte er. Die gab es auch dort, wo er herkam. Dann wieder gelbe Gebäude. Sandstein. Die ganze Stadt schien daraus gemacht zu sein. Sogar die Grotte in Bethlehem, in der Jesus zur Welt gekommen war und die er am zweiten Tag nach seiner Ankunft hatte besichtigen dürfen. Drei Monate war das jetzt her. Die Sonne goss ihr Licht großzügig auf die staubige Straße, auf Dächer und die Frau.